Was ist unser XML-basiertes Redaktionssystem, um jetzt einfach einzusteigen, ist für die Anwender, die gerne ihre Dokumentation standardisiert und strukturiert aufnehmen möchten. Ich denke, jeder kennt das Problem oder Redakteure kennen das Problem. Viele Dokumente müssen verwaltet werden, Inhalte müssen überarbeitet werden und das über normale Bordmittel, sagen wir, Word als Editor oder Ähnliches zu arbeiten, ist schon eine Herausforderung. XR setzt da an und bietet einen modularen Ansatz. Das heißt, wir modularisieren unsere Dokumentation und die können dann zu einer Dokumentation zusammengeführt werden. Wir importieren Grafiken, die zu der Dokumentation dazugehören, fügen das alles zusammen zu einem Gesamtdokument und können das dann in die verschiedensten Ausgabenmedien publizieren. Richtung Digitalisierung unterstützen wir in XR die Formate HTML5 und natürlich standardmäßig auch ERDS und natürlich auch für diejenigen, die noch in die Printpublikation gehen, gibt es halt noch ganz herkömmlich PDF und Word als Ausgabeformat.